Sind wir wieder in game. Wir spielen die Niddy, die kleine Niddy, die jetzt hier in der Klosterschule gefangen ist. Und ja, jetzt ist unsere Aufgabe mal mit der Doris zu reden. Na dann, schauen wir mal, was die Doris so zu sagen hat. Hallo, Doris. Ähm, was war das? Du frecher Mistkäfer! Ich kann es nicht ausstehen, wenn hinter meinem Rücken über mich getuschelt wird. Die Jugend von heute wird auch immer dreister. Das kommt von dieser ganzen Gewalt- und Fäkalsprache in den Medien. Wenn ich könnte, würde ich euch einem nach dem anderen den Kopf abdrehen. Na, es sind nur meine Einweckgläser. Ich brauche etwas, um meine Finger zu beruhigen. Sonst passiert hier noch ein Unglück. Okay, ich hoffe, es ist alles, also wenn etwas zu leise sein sollte, wenn Niddy Doris zu leise schreien sollte oder ich zu laut schreien sollte, beschwert euch mal im Streamchat, der jetzt hier nicht eingeblendet ist, aber ich kann ihn lesen. Ich werde auch alles vorlesen, was im Streamchat so kommt. Ja, falls irgendwas nicht passt, Beschwerde bitte in den Streamchat packen. Danke. So, ähm... Was ist? Warum schläfst du mich so an? Was hast du hier überhaupt außerhalb der Essenszeiten verloren? Was ich hier verloren habe, weiß ich. Haftstrafe ausgesetzt wegen mangelnder Zurechnungsfähigkeit. Zehn Jahre gemeinnützige Arbeit auf Bewährung. Bla, 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 bla. Willst du das wirklich hören? Nein. Tja, die Oberin wollte das auch nicht. Und solange sie mich direkt nachfragt... Tja, ähm... Hunger, Einweckgläser... Essen für die Katze. Ja, Essen für die Katze müssen wir eigentlich betrogen, aber... Ja. Bevor du wieder nach Essen fragst, es ist jetzt schon Stunden her, dass meine Finger ein Einweckglas in der Hand hatten. In dieser Phase werden meine Hände immer leicht nervös. Sie knacken alles, was ihnen in die Finger kommt. Kinderbeinchen, Kinderärmchen, ich habe sie einfach nicht unter Kontrolle. Übrigens, von dem Hintergrund so ein kleines Rauschen, so ein ziemlich nautes Rauschen zu hören, und es war ein nautes... Wie beschreibt man das? Ein leichtes Stöhnen im Hintergrund. Das ist mein Ventilator, der hier nebenbei läuft. Es ist hier ziemlich heiß in meiner Butze. Deswegen, ja. Ich hoffe, es stört nicht zu sehr. Wenn das zu sehr stören sollte, bitte ebenfalls in Streamchats damit. Ja. Das muss jetzt sein, weil sonst schmelzt sich hier dahin. Ähm, ach, jetzt verstehe ich. Du bist gekommen, um dich über das Essen zu beschweren, richtig? Tja, da habe ich eine schlechte Nachricht für dich. Für Kinder gibt es ausschließlich Essen aus Einweckgläsern. Und dabei bleibt es. Meine Hände sind auf diese Bewegung trainiert. Ich habe nicht umsonst 20 Jahre lang Hühnern in einer Legebatterie den Hals umgedreht. Außerdem bin ich per Gerichtsbeschluss verpflichtet, 10 Gläser am Tag zu öffnen. Bedankt dich bei meinem idiotischen Anwalt. Okay. Was denn jetzt noch? Muss ich es dir mit Handpuppen erklären? Die Essenszeit ist 100 Stunden vorbei. Das Einzige, was ich heute noch zubereiten werde, ist das Futter für die Katze der Oberen. Und das Essen für die Oberen selbst. Das heißt, ich würde. Aber mein Messer ist verschwunden. Außerdem ist der Ofen im Keller mal wieder ausgegangen. Ich könnte also eh nichts kochen. Das Wichtigste ist allerdings, dass mir die Oberen noch ein Rezept zukommen lassen wollte. Du hast es nicht zufällig dabei, oder? Tja, also wir müssen den Messer besorgen. Wir müssen den Ofen anfachen. Und wir müssen das Rezept zurückbekommen. Drei Messungen, die wir jetzt heute haben. Und die vielleicht ein bisschen länger drohen werden. Wie ich vermute. Das wird jetzt nur ein bisschen Spielinhalt kosten. Kein Rezept? Nein. Tja, dann hast du hier wohl auch nichts verloren. Das wurde mir dreist geklaut am letzten Stream. Na, vergiss das Rezept einfach. Solange der Ofen im Keller nicht läuft, kann ich das Essen eh nicht zubereiten. Okay. Und wenn du kein Messer hast. Gib dir keine Mühe. Ohne ein Messer werde ich das Essen sowieso nicht zubereiten können. Oh, wenn ich das Kind erwische, das mein Messer geklaut hat. Das wird sich wundern, was man damit alles anstellen kann. Ach ja. Schön, schön. Eine liebliche Stimme hat die Doofen aus da. Eine sehr liebliche Stimme. Hört man immer wieder gerne zu. Trödel nicht rum. Fitter die Katze. Und vergiss nicht, Birgit zu erinnern, die Stickerei fertig zu machen. Wenn das Selbstbeherrschungsbeherrschung nicht heute noch fertig wird, platzt mir wirklich der Kran. Frau Butteroberen. Selbstbeherrschung ist wichtig. Sehr wichtig. Geh jetzt. Ich muss mal einen Beruhigungstee trinken. Aha. Selbstbeherrschung. Jo. Ähm. Wir müssen zu Birgit und wir müssen in den Keller. Aber wir müssen ein Messer finden und das Rezept uns zurückholen. Okay. Zur Kapelle. Vielleicht können wir dort was erreichen. Nanu? Wo war Garrett denn hin? Die Kapelle hatte doch gar keinen zweiten Ausgang. Vielleicht ist der in dem Weichtstuhl. Da, 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 da. Frank. Herr Frank ist hier. Und Garrett ist wahrscheinlich in den Weichtstuhl. Vermute ich fast. Aha. Interessant. Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Auweil. Ich verstand nicht, warum man es nicht einfach anders herum aufgestellt hat. Ja gut. Nein. Nicht, oder? Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly wollte lieber nicht riskieren, dass es umfiel. Sonst würde die Oberin sie noch daran aufhängen. So wie auf den Bildern. Das wäre zu schlimm. Moment. Mit Kreuz. Das Kreuz sah ganz schön wackelig aus. Lilly, sonst würde die so wie... Okay. Frank, können wir mit ihm reden. Ja, können wir. Machen wir aber erstmal nicht. Hübsche Figuren. Ziemlich riesig. Eine Kanzel. Ja. Steinplatten. Bleib bitte von den Platten weg, ja? Du behinderst mich bei meinen Nachforschungen. Deine Nachforschungen? Na, da will ich jetzt mehr drüber wissen. Das Kreuz sah nicht. Nein, 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 nicht das Kreuz Frank. Warte, warte, warte. Warte. Nein, nichts. Ich dachte, ich hätte ein Resonanz-Echo im Fußboden gehört. Und wo ein Resonanz-Echo im Fußboden ist, da kann auch Gerolraum nicht weit sein. Eine Grabkammer oder ein versteckter Billard-Salon für unverschämt gut frisierte Tempelritter. Da fragst du völlig zurecht. Was treiben Tempelritter in einem Billard-Salon? Nur eines von unzähligen Geheimnissen, das die Tempelritter umgab. Wo kamen sie her? Wo gingen sie hin? Haben sie für die Strecke ein Gruppensparticket bekommen? Und wer war ihr Friseur? Die Antwort auf all diese Fragen ist dieselbe. Die große Kirchenverschwörung und die Beweichheit. Und so viel steht fest. Sie befinden sich unter diesen Bodenplatten hier. Wenn ich doch nur das geeignete Werkzeug hätte, um sie zu lüften. Ähm, lüften. Wer ist mit einem Presslufthammer? Kirchenverschwörung, Bodenplatten. Wo ist Gerrit? Na, das Wichtigste zuerst. Du zerstörst die heilige Eluminiszenz der Bodenplatten. Und wenn sie ihre Eluminiszenz verlieren, dann sind sie garantiert nicht mehr in der Stimmung, ihr Geheimnis zu verraten. Und dass sie ein Geheimnis haben, steht wohl außer Frage. Ich erkenne Tempelrittersymbole, wenn ich welche sehe. Und wo Tempelritter sind, da kann die geheime Grabkammer mit Hinweisen auf eine Kirchenverschwörung nicht weit sein. Wenn ich doch nur ein geeignetes Werkzeug hätte, um sie aufzubohren, dann müsste ich nur noch wissen, ob die Verwächerte, wenn ich zu bohren hätte. Lass uns erst mal reden. Die Kirchenverschwörung am Schlaffittchen, falls es sich um eine mit Schlaffittchen handelt. Es gibt sie nämlich mit und ohne. Lilly war beeindruckt. Alles, was Frank sagte, er gab einen Sinn. Gut, ähm, Kirchenverschwörung. Erzähl mir darüber mehr. Es tut mir leid, Lilly. Aber ich habe wirklich kein Interesse an Smalltalk. Mich interessieren nur Kirchenverschwörungen. Darüber gibt es eine Menge zu erzählen. Aber leider ist das meiste geheim. Und ohne das richtige Werkzeug kann ich das Geheimnis auch nicht lüften. Also entweder gehst du und holst mir das passende Werkzeug oder du gehst einfach nur. Das wäre mir auch recht. Eventuell habe ich da was für dich. Ah, pst, gerade mal. Na toll, wenn es gerade einen Erdrutsch in den unterirdischen Grabkammern der Tempelritter gab, dann habe ich ihn jetzt verpasst. Wie zum Teufel soll man denn hier seinen Kirchenverschwörungen auf die Schliche kommen, wenn man in einer Tour gestört wird? Allein dieses ständige Gebeichte geht mir schon auf den Keks. Aber im Gegensatz zu dir sind das regelrechte Leisetreter. Keine Ahnung, wer das im Einzelnen ist. Die verkriechen sich im Beichtstuhl und kommen nur raus, wenn es ihnen zu laut wird. Sobald ich also das passende Werkzeug für meine Ausgrabungen gefunden habe, ist damit sowieso Schluss. Aber ein schöner Beichtstuhl hier. Äh, ja, was auch immer das hier darstellen soll. Die Füße. Da versteckt sich einer. Ja, ähm. Wir haben eventuell das Richtige für dich. Ah, pst, gerade mal. Na toll, wenn es geht, aber keine tiefe Zube. Gut, den Look beenden. Vielleicht brauchst du eine Presslochkammer. Fang. Ah, sehr gut. Das ist genau das, was ich brauche. Wenn ich jetzt noch wüsste, an welcher Stelle ich bohren muss. Aber dieses Wissen ist wahrscheinlich längst verloren gegangen. Niemand ist so alt, dass er sich noch an die Zeit der Templer erinnert. Sonst hätte ich die Kirchenverschwörung sicher längst am Schlafittchen. Naja, Ich fange erst mal an. Na dann. Auweih. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Frank, nicht Frank. Ach, was soll's. Okay. Jetzt haben wir ihn ruhig rausgeschöpft. Dann gehe ich mal bei Ich... Eine Abhörkammer. Das war der endgültige Beweis, dass Garrett für die Oberen spionierte. Abhörkammer. Eine Abhörkammer. Lilly verbrachte viel Zeit im Beichtstuhl. Nur sie allein wusste, was sie in diesen Stunden vor sich hinmurmelte. Zumindest seit der Beichtvater an Herzversagen gestorben war. Verdammt, wie soll ich bei diesem Lärm meiner Arbeit nachgehen? Hey, Frank! Frank! Ach, was soll's. Das kommt voran auf. Na, na. Beichtstuhl verlassen. Damit noch gebeichtet. Die Abhörkammer. Ich habe ein Brett. Das kann man bestimmt mitnehmen. Einen Hebel oder sowas können wir nicht mitnehmen. Eine Abhörkammer. Ja, großartig. Na, dann lassen wir ihn mal weiter werkeln. Die Abhörmischen zu nehmen. Er ist da hier am... Oh, ein Pressluft-Hermann. Was? Hä? Was? Es tut mir leid, aber ich kann dich nicht verstehen. Du musst schon ein bisschen lauter reden. Meine Ohren sind noch ganz taub vom Bohren. Aha. Egal, was du sagst, ich weiß, ein besseres Thema. Tempelräter. Sie durchstreiften die Welt vor Unzeiten. Tempelräter. Tempelräter. Sie waren überhaupt das diejenigen, die die Zeiten zu Unzeiten machten. Und den ganzen Tag taten sie kaum etwas anderes, als Kirchenverschwörungen zu planen. Manchmal bereits zum Frühstück. Zwischen Nutella und Kaffee Hark. Ach ja, Kaffee Hark. Du zerstörst die heilige Illumineszenz der Bodenplatten und das ich und wo wenn ich aber niemals sonst... Das hat er, glaube ich, schon mal gesagt. Na dann, lass mal weiter bohren. Stellenplatten, Frank, Kreuz. Oh wei, das wackelt ja auch mal angenehm. Mir gefällt hier wie das Kirchen, so ein bisschen schief hier. So ein bisschen, hier so von mir. Rechts oben. Rechts ist hier noch relativ gerade und dann hier so jetzt ein bisschen macht es eine kleine Wölbung nach links. Alles. Kleiner Bogen. Hübsch. Aha, okay. Lassen wir ihn da erstmal arbeiten. Eine Kantine wollen wir erstmal nicht. Okay. Jo, zum Klosterftor. Wo finden wir denn die Doris? Das wäre doch interessant. Karpon. Ahm, Lilly. Schön, dich zu sehen. Ich hoffe, du ärgerst dich nicht zu sehr über Shawnee. Höfers Wärmowand. Ich finde dich toll. Genauso wie du willst. Ist sie da klein. Lillys Herz machte einen großen Hüpfer. Das war vielleicht das Netteste, was jemals irgendwer zu ihr gesagt hatte. Okay. Da ist scheinbar hinter der Tür der Karpon zur Sammlung. Das ist ein hübsches Bildchen. Pfadfinder-Tor. Aha. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte Pfadfinder-Ausrüstung. Und wer bist du? Da lasse ich nur ausgewiesene Pfadfinder ran. Aha. Älter Grieß. Halluzion. Untertitelung. BR 2018